Reflektiert. Reflektiert ist das Partizip-Perfekt von dem Wort Reflektieren. Reflektiert ist auch die dritte Person Singular von Reflektieren. Wenn jemand reflektiert, dann hat er später reflektiert. Wie reflektiert bist du? Denkst du öfters nach? Oder machst du einfach Dinge unreflektiert? Wie viel denkst du nach über dein Leben? Wie häufig machst du Introspektion? Wie häufig bist du jemand, der seine eigenen Reaktionen bewusst überdenkt und vielleicht neue, bessere Reaktionen entwickelt?